Mit der Cybershot HX60V liefert Sony sein jährliches Update bei den Reisesoom-Kameras. Mit 30-fach Zoom und 20-Megapixel-Auflösung verspricht der Hersteller ein solides Gesamtpaket. Im Test kann sich die HX60V als insgesamt gute Kamera behaupten. Die Neuerungen fallen dieses Jahr allerdings recht überschaubar aus. Als Hauptmerkmal besitzt die Sony HX60V eine optische 30-fach Vergrößerung. In Kleinbild gerechnet deckt die kompakte Kamera damit eine Brennweite von 24 bis 720 mm ab. Der Fünfachsenstabilisator hält die Aufnahmen gefühlt etwas ruhiger als beim Vorgänger HX50. Per Wahlrat können Sie dabei entscheiden, ob Sie Blende und Verschlusszeit manuell einstellen oder der Kamera die Entscheidung lassen. Zur Motivfindung dient ein scharfes 3-Zoll-Display. Eine praktische Klapp-und-Touch-Funktion fehlt allerdings. Als Bildsensor dient der aus der HX50 bekannte CMOS-Sensor. Bei Tageslicht liefern die 20 Megapixel angenehm scharfe und rauscharme Fotos und Full-HD-Videos. Allerdings nehmen bereits bei Aufnahmen in Innenräumen Details ab und Störpixel zu. Zudem messen wir zwischen Weitwinkel und Tele einen Schärfeunterschied von über 30 Prozent. Ein nahezu identisches Defizit zeigt sich bereits bei der Vorjahreskamera HX50. Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim Autofokus ab. Auch die HX60 reagiert lediglich im Weitwinkel für Schnappschüsse ausreichend schnell. Die Serienbildgeschwindigkeit hat sich sogar von 10 auf 9 Bilder pro Sekunde verlangsamt. Die drei neuen Motivprogramme sowie Benutzerwechsel-Modi trösten nur bedingt darüber hinweg. Zusammengefasst erweist sich die Sony Cybershot HX60 als insgesamt gute Reisesoom-Kamera, die allerdings nur wenige Änderungen mit sich bringt. Wer aufs GPS-Modul für den Aufnahmestandort im Bild verzichtet, spart sich bei der HX60 nicht nur das V im Namen, sondern auch 20 Euro. Aufnahmestandort im Bildschirm